So. Ist ja irgendwas, was man einsammeln kann? Nö, schade. Das Urioi... Uri... 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 Was? Verstehe ich nicht. Boah, das sieht total zerbrechlich aus, das Ding. Uiuiui. Sieht nicht schön aus, nein. Ja, ich weiß, wie das mit den... Oh, nein. Nein. Ich glaube, das ist zu weit weg. Okay, das passt so. Oh. Da unten liegt noch was, das möchte ich haben. Kommen wir an den dran? Ja. Boah. Scheiße. Bin ich jetzt zu doof dazu? So, und los geht's. Und noch einmal. Und nochmal. Ist der Pfeil zu weit weg? Probier's mal so. Oh, ich bin zu doof, um... Ich komm nicht mehr auf den dritten drauf, weil die direkt da dran springt, die blöde Kuh. Oh. Hallo. Wie geht's noch? Hör ich das mal. Hättet ihr das Ding geschwerfen können? Ich hab's ganz vergessen. Man kann ja... Man kann ja dann hochklettern. Bin ich doof. Ich kann mich ja einfach dran hochziehen. Ich bin so doof. Naja, man merkt, ich hab's schon ein bisschen länger nicht gespielt. Ich platziere wahrscheinlich wieder mehr, als man braucht. Was kann man auch noch da oben? Oh. Ich denke schon, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt so jetzt ein bisschen zu faul. Da oben ist bestimmt irgendwas. Man stellt's irgendwie hoch. Oh, da oben ist ein Rucksack. Nice. Katakzegeheimnis entdeckt. So. Ist hier irgendwas? Ja, das sind Pilze, die wir nicht einsammeln können. Ehrwürdige Gletscherspalte. Okay. Dad könnte diese Entdeckung sehen. Entschuldigung. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Ja. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Ist okay. Ich hab mich vor, die die ganzen Leuchtstäbe nimmt. Faszinierend. Nice. Jacob, ich geh jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Ich glaube, wir haben es eindeutig leichter als unsere Freunde von Trinity. Toll, auf uns wartet ein Rätsel, ganz toll. Geht das noch ein bisschen schneller? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, es ist so eine Vermutung, ich muss das hier... Ich glaube, ich muss das nochmal drehen. Und das hier auch. Weil ich muss hier irgendwie da hochkommen. Weil hier kann ich ja hoch und da ist ja nichts, wo ich dann lang kann. Also muss ich das drehen. Musik, was tust du? Sieg macht mir Angst. So, ich glaube, das steht jetzt richtig. Ja. Ja. So. So, das... Dreh dich um. Das ist brav. Super. Ach, da sind auch Münzen. Einmal rüberschwingen. Einmal hier rüberlatschen. Ist auch was. Nice, so. Das dann noch. Sollten wir vielleicht auch dran schieben? So, ganz vielleicht. Oh nein. Wie kommen wir da jetzt wieder rüber? Toll. So. Kommen wir rüber. Was? Ja, toll. Nein. Nein, da warte ich noch. Da lande ich nämlich wieder irgendwo, wo ich nicht landen möchte. Timing ist scheiße. Juhu, wo müssen wir jetzt hin? Okay. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind ganz oben. Da hinten wäre zwar auch eine Brücke gewesen, aber ich warte jetzt. Ich habe Angst zu sterben. Es gibt das nur wieder, ja, ihr wisst schon. Ist dann sehr schlecht. Wann kommt es dann? Jo. Und wir kriegen sogar eine Belohnung dafür. Wie ein Grab. Nein, wir haben jetzt relativ wenig Gräber gemacht, ne? Stimmt. Klassische Ausbildung, neue Fähigkeiten gemeistert. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köscher schnell hintereinander abgefeuert werden können. Auf drei. Yay! Nice. Freu mich. Oh, da waren noch Münzen. Kann man ja auch irgendwo nachgucken, wie viele Münzen man hat. Würde es gerne mal wissen. Ich würde es gerne mal wissen. Wie weit ich springen kann. Wie weit ich springen kann. Die Olle. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht nur X drücken oder so. Durch den Gletscher begeben sie sich im Herbst des Gletschers. Okay, weg der unsterblichen Teil. Nice. Was ist hier noch? Oh, eine Karte. Nice. Achso, das sind Federn. Achso. Oh, da oben ist noch heile Kräuter. Ist auch voll scheiße. Mann. Wetten, dass es voll ist? Ja. Ressourcen anmaßen, ist ja auch super. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Eis. Toll. Eis. Eis ist super. Okay. 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 Die Szene annimmt mich ein bisschen an die Szene aus dem Anna Tomb Raider Teil. Sprechen die griechisch? Wie ist er eigentlich in jedem Spiel griechisch? Das verstehe ich gar nicht. Ups. Ja, wenn wir so da runterfallen, sterben wir und wenn wir da dran springen und dann runterfallen, sterben wir nicht. Okay. Ist okay. Verstehe ich nicht, aber ist okay. Naja. Sicher ist es nicht. Und du hast es auch nicht sicher. Was haben wir hier Schönes? Spider. Sieht auf jeden Fall sehr schön nice aus, ne? Wir schleichen uns hier einfach rum. Ich soll den Mann jetzt an den Mund springen? Das klingt irgendwie komisch. So, haben wir noch irgendwas auszurüsten? Fähigkeitenpunkt haben wir ja nicht. Lea, möchtest du uns was erzählen? Nein? Okay. Dann gehen wir weiter. Ich finde, dass die in der verlorenen Stadt irgendwie, finde ich schade, dass es hier nicht irgendwie so ein Grab gibt oder so. Das finde ich, finde ich ganz nice. Okay, sicher sieht es auch nicht aus. Sieht echt schön aus, ne? So. Oh, da sollen wir jetzt jetzt... Nein. Da sterbe ich doch. Begehe ich freiwillig Selbstmord, meine Freunde. So sieht es nämlich aus. Schade, dass sie nicht wissen, dass wir ihre Verbündeten sind. Das finde ich sehr traurig. Es sind so viele. Ja, wie soll man sie alle bekämpfen? Vor allem sind es unsterbliche... Wie will man unsterbliche bekämpfen? Oh, guck mal. Ein Toter. Angolisch. Oh, wir sind hier. Gut, dass das hier gespeichert hat. So. X. Äh, ja. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Vielleicht wäre es das. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hat. Einziger Überlebender. Krass. Okay. So. Jetzt gehen wir weiter. Nach meinem Fail. Oh, sieht das nice aus einfach. Oh, ich bin 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 einfach. Bis zum nächsten Mal.